In Deutschland und Österreich feiert man Weihnachten am 24. Dezember, traditionellerweise zusammen mit der Familie. Aber schon Anfang Dezember dekorieren viele das Haus, stellen einen Adventskalender auf oder besuchen die Weihnachtsmärkte. Am 24. Dezember versammelt sich die Familie dann meistens zu einem großen Weihnachtsabendessen und anschließend gibt es die Bescherung. Dafür versammeln sich dann alle um den Weihnachtsbaum, unter dem die Geschenke liegen. Viele singen noch Weihnachtslieder, es gibt vielleicht Weihnachtskekse zu essen und anschließend dürfen dann die Geschenke ausgepackt werden. Am 25. und 26. Dezember ist bei uns frei, das heißt da kann man dann noch mal die freie Zeit mit der Familie und mit Freunden genießen. Also dann, frohe Weihnachten! We celebrate Christmas on the 25th with our family. We usually exchange gifts and then have a nice lunch or a dinner that consists of seafood, ham and a turkey. If it's really hot, which it usually is, we also might go for a swim after eating. Pessoal, boa tarde aqui no Brasil. A gente comemora o Natal no dia 24, na véspera, onde a gente janta todo mundo junto, Chester, Peru, Tender, Rabanada e as crianças esperam ansiosamente o Papai Noel chegar de Trenó com as renas. Um saco vermelho cheio de presentes. Vai entregar presente para que se comportou bem no ano, hein? E no dia 25 reunimos a família toda de novo para comer o que sobrou do dia anterior e as crianças mostrarem os presentes. Casas todas iluminadas, com as rosinhas enfeitadas e árvores de Natal de todo quanto é jeito em todos os lugares. Um abraço! 大家好,我是 Sean,來自中国的上海. 隨著中國逐渐向對外的開放,越來越多的中國民眾開始慶祝聖誕節. 雖然聖誕節還不是一個公眾假日, 但你可以看到,在臨近聖誕的時候, 各大商場開始裝飾聖誕的一些裝飾, 比如說有聖誕樹或者是各種燈飾等等。 我們會在聖誕的平安夜的當晚和你的親朋好友聚在一起共進晚餐。 在晚餐後,你可以在大街上看各種燈飾演或者各種燈飾。 日曆日。 在唐真 und so weiter. In einigen Teilen des Paraisen, die Straßen des Barrios se feiern, damit die Kinder spielen, und die Beziehung interagieren und guten Deseen.